So, ein kleiner Abendspaziergang am Garenkase. Jetzt sind wir heute in der Riva gelandet. Und jetzt beim windigen Wetter berunden wir mal Riva zur amerikasche Zellbipose. Man hört es vielleicht auch, den Wind. Verliebte Märchen. Nice! Hat schon was. Das ist doch wahnsinnig. Ja, das ist auf jeden Fall Riva. Jetzt suchen wir uns was Leckeres zum Essen. Es geht. Das ist doch wahnsinnig. Das ist doch wahnsinnig. Das ist doch wahnsinnig.